so da wären wir wieder zu dem versprochenen zweiten spiel aber ich bin in der zwischenzeit nicht dazu gekommen irgendwie off camera weiter zu spielen das heißt ich habe nicht wirklich viel neues dazugelernt wir starten ein neues spiel wir wollen mehr 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 computer gegner um das ganze ein wenig interessanter zu gestalten vor allem auch länger und wir hätten gerne die möglichst größte karte das wird dann wohl die größte karte sein ok was verändern wir noch also uns verändern wir gleich planetendichte das heißt wie viele planeten gibt es wir könnten ganz viele planeten haben aber dann ist es ein extremes micromanagement sagen wir mal mittel ist okay tipp des tages kann euch anbleiben so die gegner sind expansion allrounder wissenschaftseinheit andere dimensionen allrounder expansion kann man das einstellen ja kann man krieger stimmt wir haben keine kriege als gegner das wäre ein wenig unfair wenn wir lauter passive die gegner hätten also er hier ist auf jeden fall ein krieger aber ich hätte ungern die selbe rasse wie wir mal gut drücken noch ein paar mal rum gibt mein irgendwie gibt es immer nur die roboter krieger cooler name ja metallon mich hans na gut ändern wir uns erstmal wir wären gerne blau und was wären wir diesmal gerne eigentlich würde ich ganz gerne jetzt mal etwas passiveres spielen also im letzten spiel war es ja auf einer kleinen karte und wir haben krieger gespielt da mussten wir quasi gewinnen weil wir den gegner einfach schnell alle verpassen konnten wovon sich nicht erholen konnte jetzt mal genau andersrum wir spielen vielleicht doch kein cyber kollektiv auch wenn das jetzt ja nur der optik dient wir spielen mal die silikonwesen heimatwelt nehmen wir lava leitgedanke nehmen wir nicht expansion sondern wir nehmen was gibt es denn da plus eine bevölkerung auf einem planeten plus eine bevölkerung zum start bei der planetenverteidigung werden viermal mehr jäger abgeschossen schwarm sehr teuer produziert jäger und fügt ein maximale pöckungen zu das klingt schon mal sehr praktisch aber auch recht aggressiv allrounder plus zwei kolonieschiffe am start eine bewegung und 50 prozent baugeschwindigkeit das klingt sehr gut also vor allem die kolonieschiffe das heißt wir schnappen uns am anfang zwei planeten und dann bauen wir die nach und nach auf so was haben wir hier zwillingsplaneten es befindet sich ein weiterer planet mit günstigem klima in der nähe deiner heimatwelt das ist schon mal schön wenn du einen kampf gewinnst erhältst du plus 20 prozent effektivität für den nächsten kampf sturmangriff deine truppen geben niemals auf beobachter jeder der kolonien erzeugen einen zusätzlichen forschungspunkt pro runde fliegerass erhöht die effektivität um 30 prozent bei jeder schlacht im weltraum und armada besteht eine flotte aus mehr als 100 schiffen erhältst du plus 20 prozent effektiv das klingt mir irgendwie alles zu aggressiv ich glaube ich bastel mir jetzt doch mal selber eine rasse zusammen also erstmal heißen wir nicht spieler 1 sondern wir heißen gefälligst gerugon aus dem volk der gerugonen auch wenn man hier kein plural angeben kann wir sind fruchtbar wir sind tolerant also land würde dass wir widerstandsfähig gegen alle umweltbedingungen sind bevölkerungswachstum ist normal auf allen planeten das soll dazu dienen dass wir auch wirklich alle planeten in unserem gebiet organisieren können ich hätte gern so eine ecke auf der karte mit vier fünf planeten die halten wir dann und es wäre recht ärgerlich wenn das irgendwelche planeten wären die nicht zu uns passen und dafür stellen wir sicher dass sie passen so sieg ist hier brauchen wir nicht uralte wasser was machst du denn du kannst die art der planeten spüren auch wenn sie noch nicht entdeckt wurden das klingt praktisch aber da wir eh tolerant sind können wir über landen also brauchen wir das nicht zwillingsplanet brauchen wir auch nicht schnellkollisierung du beginnst mit ein zusätzlichem kolonieschiff wir haben schon zwei planetenangriff nein fliegerass nein amada nein bewaffnetes kolonieschiff mit jedem kolonieschiff erhält deine flotte fünf prozent effektivität danke experimentelle waffen du hältst plus 1 forschungspunkt t für eine zufällige technologie für jeden abgeschossenen feindlichen jäger okay feindlich übernahme ist eine chance von zehn prozent dass ein feindliches schiff übernommen wird anstatt zu zerstören das klingt nicht schlecht und flucht jedes südlich getroffene schiff hat eine chance von zehn prozent beim nächstgelegenen freundlichen planet zu entkommen ich glaube ich nehme die beiden hier noch sind wir genau auf null oder beobachter jeder seiner kolonien erzeugt einen zusätzlichen forschungspunkt pro runde na gut ich nehme feindliche übernahme weg und den beobachter das klingt jetzt einigermaßen passiv und da bunkeln wir uns halt ein gucken wie die anderen sich verprügeln und machen dann den restblatt das ist so meine ungefähre taktik und ja man sollte sich am anfang von solchen x4 spielen eigentlich in der taktik zurecht legen okay gegner haben wir nur einen krieger dafür auch nur eine expansion betreibt das passt schon so größer hat mir eingestellt dann hätte ich da auch dann starten wir auch mal klick und das sieht doch gleich viel größer aus nur jäger kämpfe einer schlacht bombe und klinische werden automatisch zerstört falls du verlierst das wusste ich nicht ich dachte bombe zählen auch mit schon mal gut zu wissen das ist jetzt die ganze karte ist rollig noch mal ach linke maustaste gedrückt halten die war die ist schon ordentlich aber da müssen auch recht viele spieler gleichzeitig platz darauf finden so was haben wir hier diese planet ist einer heimatwelt sehr ähnlich die lind ist einer heimatwelt sind ähnlich okay und ein kleiner wasserplanet aber sind ja tolerant also müssten wir da eigentlich auch kritisieren können was ich komisch finde ist dass da keine aliens drauf sind wir hier sind ja 10 19 16 15 gut stelle ich mal nicht in frage wir hätten gerne ein schiff und ich weiß immer noch nicht wie das mit dem doppelt befehle erteilen gegen also dass ich jetzt die dahin schicken die anderen dahin probieren wir ein bisschen rum weil das sollte ich schon machen ich habe jetzt einmal darauf geklickt dann auf dem planeten jetzt hier auf und auf dem planeten nein das wird jetzt umgeändert doppelklick den blick schon hin sehr schön so du er hat jetzt nicht das problem gelöst ich habe sie einfach nur manuell auseinander geschoben aber du fliegst dahin du fliegst dahin kannst doch in dieser runde schon kolonien gründen ja kannst du das ist ja wohl richtig schnell wir haben jetzt schon in der ersten runde jetzt drei planeten planeten nuxius planeten eigenschaften du findest die überreste einer verlorenen zivilisation du hältst bis zwei forschungspunkte pro runde für eine zufällige technologie sehr schön und du gründe kolonie der planet bietet eine menge platz wodurch die maximale bevölkerungszahl um eins erhöht wird das ist sehr schön max ist hier 3.1 hier 2.1 und hier 5.1 und warum ist da so eine blaue blase drumherum vielleicht weil kein gebäude geplant ist okay eine stadt erhöht das maximale bevölkerungslimit und das bevölkerungswachstum bei dem könnte sich das lohnen bei dem hier unten der e nur 2,1 hat lassen wir das glaube ich lieber hier unten ist noch ein lava planet wir bauen hier erstmal eine stadt und danach bauen wir ein eigentlich wäre mein erster gedanke jetzt gewesen kommen wir bauen eine fabrik damit wir schön viele abfangjäger haben aber ich wollte ja nicht so aggressiv spielen aber werden uns so oder so verteidigen müssen wir können das aber so machen dass wir immer hier schön viele jäger produzieren und dann alles damit abdecken das wird haarig aber ne komm machen wir so forschungslabor an stadt und hier das gleiche stadt forschungslabor apropoforschung wo setzen wir die punkte rein umwelt maximale bevölkerung wird erhöht um 0.1 ist nicht viel industrie schiffe werden 10 prozent schneller produzieren antrieb drei felder weiter von den planeten entfernen bringt uns nichts militär auch nicht imperium wir können momentan nur drei planeten kontrollieren das ist ärgerlich weil ich hätte gerne mindestens noch den da und eigentlich den da weil der ist groß ja also sollten auf imperium gehen und dann nach und nach die hier in unserer ecke alle kolonisieren bevor der gegner antanzt und dann brauche ich mindestens noch ein planeten wo kämpfer produziert werden also jäger bomber brauchen wir gar nicht mal jedenfalls nicht am anfang gut also im perium gehen wir drauf und was hätten wir hier noch gerne wir haben ein forschungslabor eine stadt und eine fabrik versorgungslager vergrößert das blick für das planeten die anzahl der kontrollierbaren jäger um 100 wir hätten gerne noch ein forschungslabor gekommen wenn wir die heimatwelt zu einer wirklichen waffenfabrik machen dann sollte es auch richtig machen also wollen wir noch eine fabrik damit die richtig schön für jäger produziert werden mit dem wir die ganzen planeten unserer umgebung sichern können zumindest ansatzweise und vor allem auch die ressourcen hier sichern das habe ich vorher ja gar nicht gemacht da wir immer nicht die jäger dafür hatten weil wir die gegner angegriffen haben aber ja und wir sollten ein neues kolonieschiff starten kostet 1.0 bevölkerung aber es bringt uns noch gar nichts weil wir noch kein imperium erforscht haben sollte man selbst später machen gut runde wenden das geht auch mit so vielen computern recht fix ist schon mal schön wir haben jetzt mal ich kann die zahl nicht lesen bei dem doofen blauen untergrund auf blauen untergrund drei jäger ist nicht viel wir brauchen 50 jäger um das zu kontrollieren gut fabrik wird gebaut stadt wird gebaut und imperium ist fast fertig also warten jetzt eine runde und dann könnten wir ein kolonieschiff bauen und darunter schicken glückwunsch durch stufe 2 in imperium erreicht heißt wir können jetzt vier planeten kontrollieren und wir haben zwischen sechs jäger sinnigerweise ja es wird noch dauern bis wir die viecher da oben töten können also schicken wir schon mal ein schiff darunter wir hätten gerne ein kolonieschiff hätten gerne nur das kolonieschiff und ich hoffe ich schicke das richtige schiff los nein das war das falsche so du bitte dahinten du gehst schon mal da auf den schrotthaufen der schrotthaufen erhöht forschungsgeschwindigkeit um bis zu 50 prozent bevölkerungswachstum um bis zu 50 prozent bau und produktionsgeschwindigkeit bis zu 25 prozent ich glaube ich baue erstmal auf die forschung dass wir so einen kleinen vorteil den arnrassen gegenüber haben das heißt wir werden vielleicht nicht so viele schiffe haben wie die aber dafür denn besser ausgerüstete wir sollten auch demnächst vielleicht beim militär ein wenig erhöhen damit wir auch die schlagkraft haben um die aliens zu töten und wenden und mal gucken was wir da unten für einen bonus kriegen bei dem planeten durch drei in imperien das heißt das reicht jetzt erstmal jetzt hätten wir gerne militär so du blickst dahin und kolonierst unser bonus ist eine menge platz was ist schön wir hätten gerne eine stadt und ein forschungslabor und ja ich weiß ich setze da recht viel auf die forschung aber die planeten waren recht schnell zu erobern und ich hoffe einfach dass wir den richtigen vorteil haben und selbst wenn die planeten fallen sollten können wir uns immer noch zurückerobern und haben nicht allzu viel verloren du gehst bitte zu den anderen jetzt 9 von 50 hält nur noch 10 runden in 10 runden kriegen wir doch keine 50 jäger zusammen obwohl er stellt ein schiff pro bevölkerungszahl dann sollten wir vielleicht doch ein wenig die umwelt erhöhen damit wir auch mehr schiffe produzieren ja das ist doch komplizierter als ich dachte aber er ist noch militär ein bisschen höher so ihr baut immer noch die stadt du baust die stadt und soll also fertig die runden gehen gefühlt schon etwas langsamer mal gucken wie das zum ende hin wird militär stufe zwei okay dann können gleich die wieder dahin schicken sind inzwischen bei 15 und wir könnten den wasserplaneten da oben eigentlich kolonisieren der haken ist wenn ich jetzt immer wieder kolonierschiffe los schicke habe ich hier nicht genug bevölkerung um jäger zu produzieren und hier können wir kein kolonierschiff starten er sollte nicht so gierig sein was die planeten angeht erstmal genug schiffe haben und den großen planeten da kolonisieren so ihr bitte alle mal dahin ihr dahin und wir sind jetzt 21 stück gegen 18 wenn ich das richtig sehe auch wenn das ganz schön verschwommen ist auf der 21 gegen 18 aber wir haben 30 prozent bonus durch kriegstechnik also wahrscheinlich die forschung und das sieht doch sehr gut aus okay und jetzt hätten wir doch ganz gerne ein kolonieschiff dahin und gründete bodenschätze natürliche bodenschätze verdoppeln die herstellungsgeschwindigkeit von gebäuden und schiffen auf diesem planeten das heißt hier wird noch eine waffenproduktion entstehen wir bauen also erstmal eine stadt damit wir mehr bevölkerung haben für mehr schiffe und danach bauen wir fabrik fabrik und noch eine fabrik das müsste dann richtig gut abgehen und da wir auch so viele forschungspunkte bekommen können wir im perium immer weiter steigen dadurch können wir auch so viele schiffe kontrollieren also ja aber das klingt nach keiner schlechten technik und warum sind hier jäger das sind die zerstörten schiffe von der schlacht sehr schön so wir könnten jetzt gleich zum nächsten planeten ziehen und da aufräumen aber die lasse ich mal lieber da damit der gegner sich die zähne darin ausbeißen kann und so eventuell ein paar schiffe verlieren also wir schicken jetzt alle jäger wieder auf den schrottplatz dahinten in der hoffnung dass wir den irgendwann mal erobern können so wir sind bereits 20 jägern von 50 und selten noch sieben runden ja so du bist bei 2.2 es ist nicht viel du bist bei 1.2 ihr habt die städte schon mal fertig das ist sehr gut das heißt hier können jetzt 3.1 listen hin und hier 4.1 und wir können jetzt von hier aus auch kolonien schiffe starten wahrscheinlich musste der wert erst auf zwei kommen sonst wäre wohl die kanalie aufgelöst worden was haben wir denn da ein wüstenplanet ein wasserplanet die sind beide recht klein ich denke mal von der größe hängt auch davon ab wie viel sachen sie produzieren können aber wir brauchen jetzt erstmal die kolonisten hier auf dem planeten und sobald militär auf 4 ist steige ich auf umwelt um damit wir mehr bevölkerung haben können aber das erhöht nur das maximum bisschen ärgerlich verbessert das bevölkerungswachstum auf planeten die nicht vom typ der maherwald sind oder erhöht die maximale bevölkerung auf allen welten um 0.1 pro stufe wir sind ja tolerant also müssten wir eigentlich auf allen planeten das gleiche wachstum haben ich noch mal ganz kurz nach toleranz deine raste ist sehr widerschaftsfähig gegen alle umweltbedingungen das bevölkerungswachstum ist normal auf allen planeten ja also die eine hälfte von dem umweltforschungsdingen ist da schon mal sinnlos nur das maximum ist ganz praktisch aber sind bei keinem planeten auch nur ansatzweise am maximum dran bringt uns also nix um wie schaut es eigentlich bei den forschungsprojekten hier aus überleben auf wasserwelt auf jedem wasserplaneten plus 50 prozent bevölkerungswachstum das klingt schon mal praktisch das haben wir hier biotech durch jedes forschungslabor erhöhte zehn prozent bevölkerungswachstum das ist sehr praktisch dafür brauchen wir industrie 3 und umwelt 2 also nicht allzu schwierig langstrecken stationen plus ein wirkungsbereich der raumstation raumstation haben noch gar nicht gebaut im letzten spiel sollten vielleicht auch mal nachholen und wir kriegen jetzt schon bonus auf die alien prax wieso denn das ach das ist anteilig okay also wenn man zehn jäger raus steht man zehn prozent wenn man 20 drauf stellt 20 prozent und 50 drauf steht 50 prozent wenn man 100 drauf steht auch nur 50 prozent so ist das also gemeint aha okay dann machen die dinger ja doch einen sinn ich dachte schon immer so viel dazu parken der verschwendung aber sehr gut virusbomben brauchen wir nicht orbitales mienfeld feindliche flotten rund um deine planeten verlieren minus vier jäger pro runde was sehr praktisch militär 6 imperium 4 bräuchten wir also noch vier punkte insgesamt ich glaube aber ich gehe jetzt mal auf biotech also umwelt 2 industrie 3 umwelt so noch irgendwas zu beachten nö ich glaube nicht ist ja noch kein gegner gesehen die werden wahrscheinlich ähnlich wie ich erstmal ihre umgebung in beschlag nehmen so umwelt ist auf zwei da brauchen wir drei richtig nur zwei industrie brauchen wir drei so erhöht die produktion von jägern und bomben um zehn prozent das ist auch sehr gut mehr jäger auf das forschungsfeld also müsste das jetzt 25 prozent sein und ist es auch die mehr forschung mehr forschung ich würde aber doch gerne mal ein gegner sehen einfach nur zu gucken wie groß deren flotte ist industrie 2 sonst keine nachrichten das fenster hier habe ich im letzten spiel auch zu sehr ignoriert als noch die bombardierung von dem planeten unten rechts am ende hatte ich gar nicht gesehen ich habe meine schiffe drauf gelassen und gehofft dass es irgendwann soweit ist also ich hier auch angezeigt so und wenden nichts interessantes bisher drei auf industrie rückwunsch durch biotech 1 freigeschaltet gibt es da was neues ne anscheinend nicht schade das wäre schick gewesen wenn man eins davon erfüllt dass der neues freigeschaltet wird aber na gut was nehmen wir als nächstes geplantes wohnen 3 plus drei maximale bevölkerung auf jedem planeten die sie besitzen industrie 8 imperium 8 da ist auch ganz schön happig aber das klingt sehr praktisch so könnte man mit einer kleinen anzahl an planeten lange durchhalten gegen die gegner na gut das wird sich mit der zeit ergeben aber ich denke ich werde so oder so industrie erstmal schön hochpowern dafür genau schiffe haben weil wir halt nur zwei planeten haben wo die über produziert werden die schiffe auch wenn wir hier theoretisch die forschungs labore abreißen könnten zum beispiel aber ja das können wir später machen bau und produktionsgeschwindigkeit müsste 25 prozent aber wenn er richtig viele schiffe haben müssen wir darauf achten dass wenn ich zu viele auf einem feld abladen also hier können ja maximal nur 50 rein zum beispiel aber noch geht das ja stufe 4 industrie mehr schiffe auf das forschungsfeld und hier ist das forschungslabor fertig also hier wahrscheinlich auch da auch bald sehr gut und hier fangen die fabriken an also produzieren hier auch bald jäger die könnten wir dann zum beispiel da oben drauf setzen licht schafft auch von forschungslabor beendet auf was so hier unten okay forschung pro runde 7.6 8.4 8.6 okay bevölkerung ist momentan bei 3.22 maximum 5.2 dauert also auch eine ganze ecke 15 runden noch das auf maximum jedenfalls bisher wir könnten noch umwelt erhöhen so jetzt sind wir bei 52 fliegern das heißt zwei flieger ne falsch so rum war das glaube ich zwei flieger fliegen jetzt weiter zu dem feld da hinten und da sind auch zwei sehr gut runde wenden ist echt komisch dass immer noch kein gegner da ist aber wahrscheinlich erhöhen die imperium nicht und können nur ein paar planeten halten in ihrer unmittelbaren umgebung und kommen deswegen nicht weiter so du gehst bitte da aus du bist mir noch am bauen ich finde es schade dass ich das nicht erhöhen kann oder beschleunigen kann aber es gibt halt keine währung um das ganze zu bewerkstelligen so industrie ist auf 5 wir sollten vielleicht mal umschalten weil je höher die schufe ist desto mehr willst auch kosten an punkten das heißt wir erhöhen jetzt mal imperium damit wir auch an sechsten planeten erforschen können äh kolonisieren können bevölkerungszeilen sehen ja langsam okay aus so das heißt wir können sieben planeten und siebenhundert jäger ähm wenn das weiter so steigt können wir irre viele jäger kontrollieren später wir produzieren jetzt schon fast zwölf pro runde ja sehr schön wo schicken wir das nächste kolonieschiff hin wir könnten mal gucken ob da oben ein gegner ist also das ding da aber die sind alle klein ich hätte schon was gerne was groß ist mittlerer wasserplanet oder ein großer wüstenplanet ich glaube wenn immer den großen wüstenplaneten da sind 17 gegner also schicken wir die flotte unten hat nichts mehr zu tun das ist nicht gut das ist nur bis 25 prozent okay dich splitten wir jetzt mal auf 25 gehen dahin 25 gehen dahin und ihr könnt jetzt eigentlich da oben platt machen aber ich glaube ich warte bis das das hält 13 runden wie viele seid ihr? 22 nee komm da warten wir jetzt 2 runden bis genug jäger hier produziert wird und machen das damit damit wir die ressourcen hier nicht vergeuden weil ich denke daran könnte später wirklich hängen dass man so eine kleinigkeiten beachtet also bei so vielen gegnern weil natürlich kann es sein dass sie sich gegenseitig zerfleischen dann ist alles gut aber wenn irgendeiner daraus gestärkt hervorgeht und nachher fünfmal so viele planiert hat wie wir dann bringt es uns auch nichts dass wir uns hier gut vorbereiten konnten so wir haben 20 schiffe können uns aber nicht mehr bewegen mit dem okay ohne wenden immer schön darauf achten dass unsere schiffe auch noch ein astroidenfeld unter sich haben haben sie und da ist gerade eine wolke aufgetaucht ah die tauchen also wieder auf sehr gut bevölkerungswachstum um 25% da parken wir noch mal unsere schiffe sobald wir die außerirdischen hier umgebracht haben so und du wieder dahin wir schicken jetzt mal von hier ein grünes schiff so du bitte dahin und gründe kolonie wir haben meine leute finden diesen ort wirklich toll das bevölkerungswachstum ist um 50% erhöht sehr schön also bauen wir hier noch eine stadt und der fabrik 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 bombe baue ich wie gesagt erst mal noch gar keine weil ich gar nicht die absicht habe irgendeinen zu bombardieren das machen wir erst später wirklich gewinnen wollen jetzt wollen wir erstmal überleben die westlichen jäger der bevölkerung bei irgendeinem planeten also militär so du da drauf wir haben 38 flieger und es passen maximal 25 hier rauf das heißt wir hätten gerne so 13 stück die hier oben hinfliegen und die bauen produktionsgeschwindigkeit erhöhen du hilfst da bitte auch mit jetzt haben wir schon 23 hier es geht ja echt flott mit den schiffen inzwischen wo fliegst du denn mal hin du könntest da oben das teil ergattern hier ist soweit alles fertig alle schiffe sitzen auf so einer wolke oder vom astroiden gürtel godi vielleicht sollte ich demnächst anfangen mit den raumstationen und gucken was die überhaupt genau bringen stupe 4 militär sehr schön oh und das ding da ist weg dann flieg du doch mal bitte erst mal flieg du da drauf dann schicken wir so 25 da drauf und der rest fliegt zu dem großen alien rock da unten das habe ich fast übersehen und hier ist ein mittlerer planet ich hätte gerne noch einen großen ich bin ja gar nicht gierig oder so oder wir schnappen uns aber noch mehr kleine um da immer nur eine stadt und ein forschungslabor rauf zu setzen und wo positionieren wir unsere richtige flotte also unsere angriffsflotte wir haben jetzt hier überall kleine flotten um die ressourcen zu sichern aber ich hätte gerne noch eine richtige angriffsflotte die wir irgendwo hinstellen sobald wir angegriffen werden fliegt die dann los da sollte sie einigermaßen zentral sein sagen wir mal hier ist unsere angriffsflotte weil wir nach da ausbreiten uns wollen so wie sieht die bevölkerung aus 4,5 2,4 das heißt wir schicken von hier aus dem kolonischschiff los und fliegen mal da zu der flotte und errichten eine basis um hier eine dauerhafte raumstation zu errichten okay wir haben jetzt da eine raumstation wir haben ein modul slot militärmodul plus 30% effektivität für jede flotte im wirkungsbereich deiner raumstation was ist mein wirkungsbereich ist das hier einmal drumrum ist ja nicht viel orbitale gießerei plus 25% produktionsgeschwindigkeit und baugeschwindigkeit für jägerbomber auf jedem planeten im wirkungsbereich deiner raumstation ich hätte das vielleicht taktisch günstiger setzen sollen nachtschubmodul plus ein bewegungspunkte für jede flotte die ihren zug im wirkungsbereich deiner raumstation startet nicht so gut drohenarbeiter unbesetzte anomalien im wirkungsbereich deiner raumstation gelten als kontrolliert von 10 jägern alles muh mist ernsthaft davon kann ich nichts gebrauchen kann ich die wieder abreißen? ja das militärmodul ist vielleicht ansatzweise praktisch wenn wir den gegner dazu bewegen können hier hin zu fliegen na gut ich hab wieder was dazugelernt das soll mir auch reichen ich glaub ich setz mal in die drohnenarbeiter in der Hoffnung dass hier irgendwann mal was auftaucht oder ein nachtschubmodul dass ich irgendwann mal wenn ich hier zwischendurch mit einer flotte lande dass ich gleich weiter fliegen kann mit einem Punkt mehr ja komm ein nachtschubmodul und wenn ich das nächste Mal eine Station baue dann entweder an einer von unseren Grenzen oder zwischen zwei Planeten dass dann beide Planeten einen Bonus bekommen wir können das aber trotzdem als Anerflugstelle nehmen für unsere Hauptstreitmacht und dafür haben wir eine Million oder eine Milliarde Kolonisten geopfert oh Gegner 25 Jäger und zwei Bomber das ist doch sehr schön du flieg mal da hin du flieg mal da hin und zusammen seid ihr doppelt so viele wie die und macht die kaputt die haben 50% die haben 60% ah ne andersrum wir haben 50% die haben 60% trotzdem gewonnen sehr schön ich hoffe mal dass das deren Hauptstreitmacht war oder zumindest eine größere damit hätten wir den hellblauen Spieler jetzt schon ziemlich geschwächt okay und ihr fliegt jetzt mal da hin und wartet auf mehr Futter ihr fliegt da hin ihr fliegt da mit hin der Rest sitzt überall auf dem Feld ne du nicht du sollst auf das Alienwrack genau und wir brauchen unbedingt hier neue Kolonien damit wir die da oben im Auge behalten können das heißt wir schnappen uns jetzt hier ein Kolonieschiff und schicken das mal da hin Gründe Kolonie Völkerungsmaximum ist um einer Hüt sehr schön wir hätten gerne eine Stadt eine Fabrik eine Fabrik so aber wir sehen noch keinen Gegner hier soll uns auch recht sein sonst noch irgendwo Schiffe die nicht auf einem Ding sind nö aber na gut das soll zwar erstmal für diese Folge gewesen sein ich habe die Folge extra doppelt so lang gemacht wie sonst wegen dem 1500er Special aber genug ist genug mein Hals braucht eine Pause das ist jetzt einfach mal LP01 und wir sehen uns dann gleich wieder das ist jetzt auch so mal habt ihr was die das ist ja heißt wir haben